Kurzes Intro, bevor das jetzt kommt. Zusammenleiten. Das nächste Lied spielt mir hauptsächlich deswegen, weil wir sind ja von der Gemeinde geschickt worden. Weil man gemerkt hat, dass Ilana der Verfall im Zug hält. Die Leute sich nicht mehr aufwieren. Und das ist auch noch mehr extra wichtig. Musik 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 Aber wenn's oft so fein war, darf mir nicht nicht andere durchschrecken. Und rumfiere in der Friere mit einem Tasch von Schweizer Krocher weg. Darf andere nicht schupfen, wenn's im Weg sein, dass man fast nicht vier gibt. Darf nicht vom Beckenrand in Wasser hinehopfen, und sind wohl ganz, seit ich auf ihr schwimm. Auch so alles ist schon durchaus gemacht, auf so Männer tolle Gfrag. Sind auf Männer Sachen, die die Mama gar nicht packt. Aber noch gibt's Sachen, seh mich besser, niemand fragt, sondern dir. Da weiß ich's durch der Riesen-Teatremot und wir auf die Eier gehen. Darf ihn andere nicht nemmen, auch wenn's es zerscht, selber g'nommen hoben. Men darf Benkirch net voller kämmen, oder z'nachts in Friedhof-Lecher-Groben. Men darf Benkirch direkt vor der Innenfahrt halten, dass die Feuerwehr net auserkimm. Men darf beim GKG net umeinander schalten, und wenn's dann nie meaning, weil ... Außer es ist schon der Schausgmock, außer Männer tolle Gfrag. Sind darf Männer Sachen, die... that der Go nicht mack! ...wo bern an gibt´s Sachen, seh mich besser, nie mit Drogen, sondern dir! Weiß es zu starissen, die Gatter machen und ihr auf die Eier gehen. Mein Sonntagsgarten darf mit Zigaretten kaufen, sorgt's miteinander fessen mit einem Scooter, der ganz laut ist. In Nordwald darf mit fremden Kinder tafen, man darf nicht weißer kämen, wenn man wieder heuchtet nicht die Braut ist. Außer es ist schon der Schausmarkt, außer Männer, da leck' Röck' sind auch Männer socken wie er, die der Pfarrer wohl nicht drückt. Proberner gibt's Sachen ziemlich besser, nie mit Froben, sondern gern. Weiß es zu starissen, die Gatter machen und ihr auf die Eier gehen. .... Wooh-oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank!